Hugo lernt in der Pariser Metro die Prostituierte Miriam kennen und verfällt ihr innerhalb kürzester Zeit. Ich werde dich küssen mit offenem Mund und du wirst es erwidern. Diese kleine spitze zartrosa Zunge, du wirst sie mir geben, solange ich es will. Als sie ihn in die Wohnung einer mysteriösen anderen Frau mitnimmt, beginnt ein erotisches Abenteuer. Genau, Monsieur. Genau, bis auf die Kleinigkeit, dass ich mich vielleicht nicht auf einen einzigen Besucher beschränkt hätte. Doch Miriam wird zu einer schwarzen Witwe und drängt Hugo in die Opferrolle, aus der es keinen drin zu geben scheint. Mach mir die Tür auf, an die ich klopfe. Alle meine Türen stehen offen, wie du es gewünscht hast. Ein französischer Erotik-Thriller im Nouvelle-Vax-Stil des polnischen Regisseurs Valerian Borowczyk von 1987 mit Marina Pierrot, Josie Bernard und Mathieu Carrière in den Hauptrollen. Wenn dir dein Leben lieb ist, dann schweig. Mach keinen Lärm. Königin der Nacht bat musik Tsuk Tsuk Untertitelung des ZDF, 2020